So Leute, heute sind wir fertig. Heute ist das erste Mal zum Männertag hier. Jetzt werde ich mich erstmal anziehen, meine Anmeldung holen und dann meinen Wimpel und dann kann es losgehen. Wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir hier durchkommen, das habe ich nicht gesehen, aber noch nicht in Erfahrung gebracht. Aber gerade reiche Höhen, Tageskarte und wie man nicht schlecht erkennen kann, beim Männchen hat noch nicht viel gekostet. 35 Euro, glaube ich. Also sehr preisig. Naja, es wird ja spannend, gell? Ja. Alle Fälle wird das spannend, gleich. Also ich bin schon mal voller Taten dran hier. Und like den Youtube-Kanal. Genau. Bench und Tour. Haben wir was drin? Ja, ja, ja. Alles fertig, jetzt geht's los. Jetzt werde ich erstmal richtig die Sau rauslassen. Kamera läuft. So. R veya du dennistisch fuhr da aber mercy und so weiter durchsend. Perché? Ich weiß gar fois. Hier ver grassängt diese Sauerstin. Machst mich nicht noch mal eben. Also wo er es saw war und so weitergeht. Ohh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Es ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020